Musik Sehr geehrte Damen und Herren, statt eines Schlachthofes wollen wir nun also eine Berufsschule in Bad Wildogen bauen. Es besteht Bedarf sowohl aus pädagogischen Anforderungen heraus, als auch aus Parkplatzgründen. Wie sich das mit dem Schulentwicklungsplan verträgt, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Im Dezember letzten Jahres hatten wir eine Resolution zum Erhalt der Fachklassenstandorte verabschiedet. Sie erinnern sich vielleicht. Eine Antwort dazu steht unseres Wissens noch aus. Von daher wäre es äußerst unglücklich, wenn wir hier nun eine neue Berufsschule bauen, perspektivisch die Landesregierung, aber durch die Einrichtung von Bezirksfachklassen oder Ähnlichem unseren ländlichen Raum schwächen würde. Trotz dieser Unwägbarkeiten sehen wir diesen Grundsatzbeschluss zum Neubau als wichtiges Zeichen, den jungen Menschen in ihrer Heimat die Möglichkeit zu geben und eine solide und zeitgemäße berufliche Ausbildung zu durchlaufen. Die AfD-Fraktion wird daher dem vorliegenden Beschlussvorschlag zustimmen. Vielen Dank.